moin moin liebe leute hoffe ihr seid gut angekommen wir sind hier breakwater im multiplayer und mitgebracht habe ich die melle und dem im ging das bin ich nein doch mittwochs schon gut dass wir heute donnerstag haben ja endlich hat es funktioniert der 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 entwickler hat oder die entwickler ich weiß nicht wie viele hinter sind haben einen patch gebracht ein update dass das multiplayer jetzt besser funktionieren soll wir waren einmal drin gewesen haben es auch schon aus und ist sehr gut funktioniert ich hoffe es funktioniert auch über das ganze spiel hinweg so gut schauen wir mal ja muss ja muss ja muss ja moin jana schön dass du auch dabei bist in der live-sendung hallo und noch mal ein hallöchen an mario ist knöpfchen drücken darf ich knöpfchen drücken ständig den roten knopf die melle rosen knopf ich huste du hustest in deinen ellenbogen weißt du ja keine mehr keine ellenbogen nee wie sagst du keine ellenbogen ist jetzt in dem pulli drin so versteckt an bandungen wie das macht er denn schon wieder quatsch macht da quatsch hau ihn hau ihn ich komm grad nicht dran mein tempos sind so lehrte packungen dass ich gar nicht großartig damit verletzen könnte ich bin drin bei einem wasser hatte ich kaum rüber zu haben ich kräfte krabbel an rennt er denn hin vor dich zu dir jetzt rennt er wieder weg hallo ich will doch ich will doch dir nix tun guck mal das vieh deinem wasser okay okay wir sind angekommen ist angekommen im wo auch immer welchen ansprechen an das stimmt er läuft immer weg so läuft immer weg ein archäologe hast du das in deinem turtle titel man muss dazu sagen das deutsche ist noch nicht ausgereift kommt aber noch dann können wir hier runter beeren und kokosnüsse das hatte ich ja mit erwischt das wollte ich nicht das ist einfach passiert na dann was will der jetzt von mir schneidebüsche klein für essen und palmen okay ach da müssen wir aber auch jetzt was essen und trinken genau kokosnüsse ne kokosnüsse und bären genau die bären habe ich schon aber guck aber ich sag ja das huhn guckt komisch das greift sich auch an das ist ein kampfhuhn die krabbe hier blöde krabbe jetzt muss ich mir noch eine kokosnüsse besorgen kannst meine haben ich will meine eigene dann halt nicht mensch also eine kokosnuss essen und eine banane ähm und beeren und beeren ja dann ist das schon erledigt oder wie es ist nicht ein gummi essen aber es reicht erstmal genau das hätten wir schon erledigt warte mal ist denn hier noch eine kokosnuss wer hat die kokosnuss wer hat die kokosnuss geklaut der strider wer sonst also ich habe jetzt so einen beutel bekommen wie benutze ich den aber du hast doch auch nur gegen den baum geschlagen oder ja mit dem stock mit dem stock ja wir haben den stock ich habe einfach so einen stock in die hand genommen aber ich habe doch vergessen guck mal hier sind ganz viele fische am strand gelandet aber ich habe konntest du vorräte finden hier habe ich doch also wie viele muss ich denn davon essen eine beere und eine kokosnuss ok jetzt gibt es rede da weiter ich krieg keine kokosnuss ich habe noch zwei ich habe so große ja dann gib mir mal eine her die bäume geben mir irgendwie keine kokosnuss her wo bist du denn überhaupt hier hinten ich komme da bist du da wo hat er mir jetzt einen beutel das ist diese kleine tasche ja aber ich sehe gar keine bei mir dass sowas braun ist er hat mir eine tasche jetzt und wie mache ich die an mir dran die ziehst du jetzt nach ganz oben unter den äh da ist so ein rucksack zeichen äh da drauf ja ich bin zu blöd guck mal da geht gar nichts einmal drücken nicht zielen nur drücken einmal klicken ah ok das sind ganz viele äh achso mit e heben ja da sind ganz viele fische am strand gewesen gell also ich habe jetzt fünf fische für uns noch mal angesprochen ja und dann haben wir den gekriegt ja jetzt dann danach nochmal oder dann haben wir noch mehr ne nur schwind achso ruine vergraben eine bilders bench aha ja die ist aber noch gesperrt wir brauchen erstmal diese axt die see see gras nur werkbank genau wir sollen jetzt eine werkbank bauen aus see gras und tree bench einfach erstmal eine axt ja aber du brauchst doch die see krabbendinger krabbendinger was ist krabbendinger krabbenschalen krabbenschalen ja genau mschen okay krabbende growing krabbende 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 Ich hab die Unterlegung gefunden, ja. So, ich brauch aber eine Krabbe. Habt ihr schon eine Krabbe kaputt gemacht, oder was? Ich find auch grad keine. Ich hatte eine. Hier. Du hast doch vorhin eine Krabbe erschlagen. Oder täusche ich mich? Ich nicht. Nee, das hast du aufgehoben. Ich hab keine Krabbe vorhin aufgehoben. Okay. Oh, Scheidenleiste. Ja, ja. Ich weiß nicht, was du... Oh, was ist das denn? Aber da hinten ist eine Krabbe. Vorsicht, Strada. Da kommen noch mehr. Umso näher du gehst, Schatz. Ich wollte nur eine Krabbe. Hilfe. Au. Oh, ich bin kaum. Äh. Ah. Warum machen wir das hier? Ähm. Was ist die Krabbe so genau? Weil wir Krabbe suchten. Die haben angefangen. Also ich glaub, das sind keine Krabbe. Doch, da vorne ist eine Krabbe. Das sind zwei Stück. Ja, ich brauch nämlich auch. Und auch noch vor diese Viechern. Ich will doch nur eine Krabbe. Ja, dann holen wir uns doch einfach eine Krabbe für dich. Hier, ich lock die zweimal weg. Oder so. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ui. Okay, okay, jetzt können wir die Krabbe holen. Moment, jetzt hab ich deine Krabbe aufgehoben. Mach nix, ich hab. Okay. Okay, da war aber keine Muschel dabei jetzt. Oh. Ich hab noch eine Muschel. Hier, ich hab zwei Stück aufgehoben. Bist du dann? Kuh. Da. So, jetzt müsste ich eigentlich eine Axt machen können. Ja. Hä? Was fehlt mir da? Gras fehlt mir noch. Das ist eh Gras. Ja. Da drüben. Ich hab mir so eine Werkbank gemacht, aber ich weiß nicht, wo die hin ist. Guck mal auf, Strömung ist da. Äh, äh, Flut. Ja. Wir müssen zurück. Meinchen nieder. Zurück mit dir. Gefehle ist dir. Ja, wo ist meine Werkbank hin? Ich hab doch eine gemacht gehabt. Die ist bestimmt irgendwo im Inventar. Ja, aber wo denn? Tja. Ah, doch da. Ah, jetzt hab ich eine Axt. Wo stellen wir die hin? Weiß ich nicht, wir müssen alle eine bauen erstmal. Dann stell ich meine hier hin. Ja, am höchsten Punkt ist es, glaube ich, gar nicht so übel. Gras und, was ist das? Gras und irgendwas. So, wir müssen noch mehr Krabben töten. Für eine Schaufel und so Zeug. Ich hab jetzt erstmal mit dem ein zu tun. Oh, man kann hier auch Kacke einsammeln. Wie? Ich brauch Kacke? Ja, hier kann man sich eine Fackel aus Kacke machen. Da ist meine Bilder. Okay, hab ich. Oh Mann, hier ist ja wieder so schnell. Ich brauch bloß Gras noch. Ja, dann. Ich stell mal da oben bei Inventar. Meiner. Brauchst du Gras oder brauchst du Baumstamm? Baumstamm hab ich jetzt, glaube ich, zusammen, wenn ich es richtig sehe. Ja. Wie fehlt noch das Gras? Äh, ich häng am Baum. Ach, da wächst Gras. Aber das sind auch so komische Viecher. Da hin. Das sind auch welche. Von diesen blauen Viechern, oder wie? Ja. Will ich jetzt aber gar nicht. Ich bin einfach nur Gras. Ja, nicht. Ich hab grad Krabben gefunden. Dann könnt ihr von mir nochmal was haben. Ja. Ja, ich muss jetzt erst mal gleichzulegen. Wenn sie die Werkbank gemacht haben, muss ich erst mal zum Typen hin, was der von mir noch will. Ja, bestimmt, dass wir eine Schaufel oder sowas machen. Ich mach die jetzt einfach schon vorher raus. Ja, nicht so schnell, sonst kommt sie wieder nicht hinterher. Hört sich so negativ an. Sonst kommt sie wieder nicht hinterher. Der hackt langsam. Ja, ja, mir hackt immer. Oh, nee. Was fehlt dir noch? War mal Gras. Ja, warte, ich hab Gras. Hier, ich bin oben bei den Werkbänken. Und hat gewetzt. Hier. Oh, Stride, ich bring Freunde mit. Ja. Falls sie mitkommen. Okay. Will Arf ist dein Golem, Mark. Ähm. Ja, sieben. Er ist da. Okay, klappt die Bank. So, den haben wir. Was ist das hier? Polierter blauer Kristall. Willst du den haben? Nö. Guck mal, da. Äh, nö, 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 nö. Ich hab mein Neventars voll. Das muss man verstecken. So, dann gehen wir zu dem Typen, oder wie? Ja. Ja, ja, alles. Hat sie noch die Kokosnuss? Hat sie noch Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss gegessen? Ich hab die gegessen. Äh, ja, denkt dran. Ihr müsst recht viel essen jetzt am Anfang. Ja, und trinken hab ich gerade festgelegt. Ah, ratten, 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 ratten. Haka-ha-ha-kari. Äh, tt, 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 tt. Gehe auf jeden Fall alle Seiten durch. Okay. Mhm. Rat. Mhm. Auf geht's zu der echten Magie oder Kristalle. Okay. Gut, ich habe jetzt diesen einpolierten Kristall schon. Aber warte mal, den kann man equippen in seinem Inventar. Steht hier dran. Okay. Aber ich weiß nicht wo. Also ich gucke jetzt erstmal in der Bank, Werkbank. Oh ne, der will ja noch was von mir, oder was? Verfeinte gelbe Kristalle herstellen. Ah, das sind die, wo das Wasser... Verfeinte gelbe Kristall drückt das Wasser zurück und du kannst sehen, was vergraben ist. Okay. Okay, jetzt muss ich noch zwei so Kristalle herstellen. Ich gucke mal wegen Lagerfeuer in der Werkbank. Das wäre ja auch nicht schlecht. Vielleicht wegen Essen. Da brauche ich irgendwo eine Flasche. Ist die jetzt weg oder was? Oh, ich habe eine Kanonenkugel ausgegraben. Wilders Bench. Moment. Da. Redstone. Ah, da muss ich mir wahrscheinlich dann erstmal diese 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 Wie hast du nur da nach links und rechts geklickt? Da oben. Einfach angeklickt. Ah, da. Okay. Ähm. Spitzhacke. Was ist denn hier eine Spitzhacke? Keine Spitzhacke. Ist das Stone-Ex? Erwin-Ex? Machen's mal so eine Kaisch. Oh, ich komm's. Weil ich will den dem 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 Feuer. Ja, die Feuerstelle. Nee, es gibt eine Spitzhacke hier anscheinend. Inventar. Ja, meine Schaufen. Nee, mein Inventar auch nicht. Okay, da muss ich mal mit der Axt irgendwie auf eingehen. Wollte ein Feuer können wir auch schon machen. Ja, ja. Aber ich brauch ja, nein. Wo ist denn das? Das ist das Firepit? Ja. Da brauch ich Redstone. Aber ich find aber auch keine roten Steine, ne? Okay, brauchen wir dafür die Schaufel. Vielleicht muss man irgendwie schaufeln und dann findet man das. Also, ich hab die Schaufel. Warte, probier mal. Ja, aber ich hab vorhin zum Beispiel noch ein Ding ausgegraben. Eine Kanonenkugel. So wie jetzt gerade auch. nicht so ganz sicher. Guck mal, hier ist ein Stück Dreck. Da ist eine Flasche. Wir säubern den Strand, alles klar. Knochen. Nochmal ein Stück Dreck. Gute Steine. Das leuchtet was an. Was soll ich? Also das für den da krieg ich nur Miene. Nee, das sind die gelben Steine. Das sind die für die Quest. Genau. Okay, die kann ich auch kaputt schlagen. Okay. Abgesoffen. Wie abgesoffen? Wasserkart. Wie kann man denn hier tauchen? Einer. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das sind Anemonen. Das sind gar keine Steine. Hier stehen so kleine Steine. Ah, da ist eine Flasche. Da ist eine Flasche. Ja, ich habe ein paar ausgegraben. Wo sind denn jetzt hin? Äh, Inventar voll. Sind das Kackkaufen oder was? Stimmt. Können wir auch irgendwo mal eine Kiste bauen? Hat die schon jemand gefunden? Äh, ich habe nicht geguckt. Um ehrlich zu sein. Okay, warte. Wir gucken da mal. Nett. Back? Netztasche? Ah. Macht euch mal einen Hut. Das kann nicht schaden. Der ist nur aus, äh, aus Seegraus. Gut, den Spiel muss man natürlich erst mal durchsteigen jetzt, ne? Ja. Toll. Also toll. Ja, so geht es mir auch gerade. Side Pressure Map. Das. Stimmt, wir können auch Statuspunkte verteilen, wenn wir oben auf Stats klicken. Ach so, ich habe so eine Karte bei mir. Da sehe ich jetzt, wo irgendwo ein Herz verborgen ist. Okay. Zwei Karten sogar. Ah. Ich kann wohl, dass man im Winter voll ist. Wie zwei Karten? Wo hat der die Karten her? Die sind bestimmt irgendwo gedroppt. Ein bisschen langsamer, aber egal. Ihr macht das schon. Oh. Ja. Und wo versetzt du da Punkte? Oder wo? Ich habe noch keine gesetzt. Ach so, ja, Statuspunkte gibt es noch. Ich habe noch keine gesetzt. Ich habe drei, habe ich jetzt schon. Ähm. Inquase die Max Hunger. Plus ein Player Attribut. Also plus zehn Hunger. Also macht die Maximal Hunger höher, die Tabelle. Aber ich habe. Du hast. Musst ja Kokosnüsse futtern. Ja. Geht es mir aber auch gleich. Blöder Boot. Ja, da müssen wir jetzt gucken. Was können wir hin? Roten Stein finden wir auch noch. Ich kann ja jemanden das Koffer hier mitmachen. Ich schaffe wahrscheinlich, dass ich es für Trinke, weißt du? In den Tag? Hey, komm mal. In den Tag voll. Was schmeißen wir raus? Alles, was du nicht willst. Die Ratten. Schmeiß wieder mit Ratten. Toll. Nett. Äh, jetzt komme ich wieder nicht ans. Mal ist das Wasser da, mal ist das Wasser weg. Gell. Aber früher hast du das immer noch nicht gemacht, gell? Okay. Ich habe das Ratsch do noch nicht, aber... Wir haben gerade einen Tipp bekommen. Gut. Wir haben gerade einen Tipp bekommen, wo das zu finden ist. In dem roten Biom? Ja, wir müssen erstmal die Quest fertig machen mit den gelben Kristallen. Ah, wir müssen mit ihm jetzt erstmal fertig werden. Genau. Ah, ja. Klingt einleuchtend, ne? Das ist, wenn man schon Fleisch haben will, bevor der fertig ist. Dann gehe ich mal so ein Kristall holen. Zwei brauchen wir ja, ne? Gelbe, also gelbe, also gelbe Kristalle habe ich, oh. Deswegen kommt hier immer mehr Wasser. Ähm. Müssen wir die einsammeln, oder müssen wir die selber bauen? Die gelben Kristalle, da musst du sammeln. Das ist so ein gelber Kristall. Echt jetzt? In der Nacht, in der Nacht sind die gut zu sehen, ne? Ja, schön. Ich habe noch keinen einzigen. Ja, bei uns zum Beispiel, der hat einen. Ich weiß, wie die aussehen, aber ich habe noch keinen einzigen gesammelt. Oh, Bälle, 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 Bälle. Ich hätte zwei und zwei Scherben, oder drei Scherben, oh Gott. Ah, das pauch, ja. Ne. Empty Bottle. Bälle neben dir. Finde. Wo ist denn mein Empty Bottle? Ach, ich habe meinen Rucksack verloren. Okay. Dacht mal, vorwärts wäre vielleicht auch einfacher. Also von den Kanonenkugeln hat es hier ganz schön viele. Mhm. Mhm. Äh, ich will heute das Ding nicht hier aufhören, nicht damit. Okay, also ich brauche noch mehr von diesen Teilen. Wie viel Poste denn? Ich glaube, für einen so ein Teil waren das acht gelbe Teile. Ja. Was? Für einen muss die, ja. Ja. Meinst du jetzt Kristallscherben, oder meinst du Kristalle? Nein, die Kristallscherben, die du sammelst. Okay. Ja gut, aber ich habe jetzt vier normale Kristalle und sechs Scherben. Im Winter voll schon wieder. Ne, jetzt habe ich es auch gerade gedehnt, was du meintest. Scherben hatte ich noch gar nicht. Wo ist denn der Typ hin? Da ist er. Nee. Ach so, man muss verfeinerte herstellen in der Bildersbench. Genau, die ist fein, yellow, da brauchst du acht Scherben und eine Empty Bottle. Okay. Okay, eine Scherbe fehlt mir dann. Ich glaube, Schatz, hier liegt so viel Scheiß rum. Hast du deinen Hut weggeschmissen? Ich? Wahrscheinlich nie aufgehoben, weil es dann in der Meta voll war. Weißt du, nee, ich habe gar keinen Hut gekräftet. Aber ich meine auch. Weil ich habe mir nämlich so einen Rucksack nochmal gekräftet. Der war auch mit Seegras und ein bisschen Essen. Ich habe feinen Sand. Du hast siebenmal gesiebt. Okay, ich bring mal ein bisschen mehr Scherben mit. Scherben brauche ich nicht mehr. Ich suche aber auch nochmal ein paar. Wie sehen Scherben denn aus? Das ist dieser gelbe Kristall und da kriegst du manchmal gelbe Scherben raus. Da steht ein yellow Crystal Shard. Das muss jeder sammeln oder reicht das, wenn ihr sammelt? Wahrscheinlich leider jeder. Deswegen bringe ich hier auch schon mehr mit. Also ich habe jetzt 15. Die sieben könnte ich dir abgeben zum Beispiel. Nee, ich habe auch noch. Dann hast du auf jeden Fall genug. In der Inventar voll mal wieder. Wenn da esse ich was und trinke ich was, dann muss das auch wieder bohren. So, und der Imp, der kämpft hier gegen zwei so Steinfiecher und eine Krabbe. Bis ich da drüben bin, ist da sowieso schon alles futsch, oder? Ah, ich häng nur fest. Okay. Dann waren wir ja auch noch für die erste Folge heute. Äh? Okay. Schuss. Ja, also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ey, die Flut.